Guten Morgen, herzlich Willkommen. Heute möchte ich Ihnen in der Villa Saxona die Wohnung 7 vorstellen. Hier bin ich gerade reingekommen und möchte Ihnen dann direkt das Badezimmer der Wohnung zeigen. Das ist sehr groß und sehr hell. Genügend Platz, damit sich zwei Personen damit aufhalten können. Mit einer Dusche. Die Wohnung ist für maximal vier Personen geeignet und Ihren Vierbeiner dürfen Sie hier auch mitbringen. Wir begeben uns jetzt von dort in das Wohnzimmer. Auch hier, wie Sie sehen, sehr hell. Mit einer kleinen gemütlichen Wohnküche. Wo Sie alles finden, was Sie brauchen, damit Sie sich ganz gut zu Hause fühlen. Hier auf dem Sofa und auf den Sesseln können Sie abends gerne nach dem Strandbesuch sich ein bisschen ausruhen. Und bei Bedarf vom Fernseher etwas berieseln lassen. Wer das Fernsehprogramm nicht so mag, kann sich hier ausruhen und etwas lesen. Für Bücher ist natürlich auch gesorgt. Sie dürfen mir in das Schlafzimmer folgen. Wo sich ein großes Doppelbett befindet. Und wenn Sie bei der Buchung dazu sagen, dass Sie die Bettwäsche dazu haben möchten, beziehen wir es natürlich zu Sie. Ein geräumiger Kleiderschrank ist auch im Schlafzimmer vorhanden. Und hier ist noch eine kleine Überraschung. Ein begehbarer Kleiderschrank. Die kleine Tür dort hinten führt noch in einen Abstellraum, wo Sie einen Staubsauger oder sonstiges finden. Und nach dem Aufstehen geht es direkt in die Loggia. Wo dann vielleicht der Liebste oder die Liebste schon das Frühstück gedeckt hat. Und wie Sie sehen, auch hier ist es schön hell. Als kleines Highlight möchte ich Ihnen jetzt noch zeigen, dass wenn Sie hier die Türe öffnen, die Ostsee nicht nur hören, sondern auch sehen können. Inklusive Vogelgezwitscher. Die Ostsee ist, wie Sie sehen, ein Katzensprung entfernt. Der Schmachtersee zur linken Seite ungefähr fünf Gehminuten. Ja, Sie sehen, es fehlt Ihnen an nichts. Und wenn mal doch was fehlt, sind wir direkt im Haus mit unserem Büro verfügbar. Mit diesen Worten möchte ich mich heute verabschieden und sage bis nächste Woche. Tschüss! Tja prosec frag mich nach, dass du ruhig durfändisch aus, ist das Bett und macht einfach Boris, was glad ist darru 對. Und dann nachdem Sie immer bei uns mit einem Topf Championshipsasten da. Untertitelst Wallace, sdience und mit den Augen nachBus. Und dann sind nun wieder herbeigungen vom Hohlaufe legislation, Vielen Dank.